Hey Ho Leute und herzlich willkommen zu und zu Let's Play Pflanzen Gags von Babys oh yeah Ja Wir haben eine neue Blume bekommen Ok da hat jemand eine Tür Fein Hier ist halt unsere letzte Hoffnung Nein Oh Mann, warum bist du nur so verpeilt gerade? Ja, da fängt es schon unten an, hammergeil Aber dich werde ich ganz schön einheißen, glaub mir Guckt euch unsere Pelze an Pum, pum Ok da, das ist unsere einzige Hoffnung mehr von denen zu bekommen Anders konnte ich das jetzt nicht machen mit Peng, 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 peng Arm ab Also die Pelze sind für mich etwas stärker als diese anderen Blüten Blum, blum, bling, bling, blum Jetzt kommt schon Ach gut Endlich mehr Arbeit Endlich mehr Arbeit Jetzt Pum, pum Stopp Alle drei Spotten Verspotten Diesen Möchtegern Zombie Das wagte er nicht Er wollte unbedingt Was aufs Maul Deine Angst Du bekommst noch rechtzeitig was aufs Maul Kleiner Mann Es ist dunkel Die Zombies nähern sich Ich wusste nicht was ich machen soll Da kommt Tür Junge Verschotteln wir seine Tür und wir meine Erwachsenen Ich bin so stolz auf ihn Das so als ob er ein Einsatzschild hätte dieser Pilzige Dieb Wir müssen die Bombe vorbereiten Muss mal sehen Buuu 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 Ha Rechtzeitig ist die Bombe Entschärft worden Oh der hat eine goldene Münze Nein Pfff, streng dich an, mein kleiner Freund. Dann muss ich jetzt bitte mal beeilen. In meiner Zeit gab es solche coolen Blumen noch nicht. Los! Oh, jetzt wird es jetzt wird es slaggig. Aber auch nur ein klein wenig. Kartoffeln, wir werden ihn vorbereiten. Der wird noch auf alles vorbereitet sein. Oh! Pflanz Pflanz ihn auf dem Korb, um zu entfernen Oh! Hey, willst du so einen Pflanz zu kaufen? Das musst du 750 hier abmachen Komm, ich bin ein Pistone Was jetzt? Was haben wir bekommen? Haben wir was Neues bekommen? Ja, nur dieses hier Na Auf die Pätze, fertig, los! Keine Sorge, die kleine Pflanz Das kleine Pilzchen hilft dir Und deine haben hier aufzurichten mit Blumen Mit Sonnen Was? Ja, du kommst, und jetzt? Willst du mir Angst machen? Junge Mann, das ist unter aller Sau Ich weiß nicht, ich baue jetzt erstmal mehr solche Dinger an Und... Hier ne Kartoffeln, hier ne... Kartoffel, 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 Kartoffel Ja. Mh, 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 mh. Manchmal spielen meine FPS verrückt. Manchmal habe ich 60, dann sinken die wieder auf 14 und 10 und 8 und 7 und solchen Scheiß. Und ich weiß auch, warum das jetzt auf 1 FPS ist, weil ich zu wenig Gigabyte habe. Und ich muss die Aufnahme... ...blenden. So leid es mir auf tot. Wir sehen uns. Tschüss.